Hallo und herzlich willkommen hier zu Battlefield Bad Company 2 mit Big Mana und Dingo Viva. So und wir kämpfen wieder gegeneinander ins Gefecht. Aber so. Oh, Schnee. Jetzt war gerade meine Framerate ein bisschen am Abspacken, aber es legt sich ja gleich wieder. Und da wollen wir mal schauen. Oh, schwing deinen Arsch zurück, genau. So, mal gucken. Internet wappt ein bisschen, aber... Ja, bei mir auch. Hä? Ach so, ist gar keine Map mehr. Okay. Muss ich nur gucken, dass sich die Framerate halt wieder sammelt. Na ja, das... Dass die besser wird. Schauen wir mal. Das ist gerade die ganze Zeit. Ich schieße einfach mal. Weil ich es gerade immer nur auf 10 und so ein Scheiß, ey. Ja. Jetzt wieder 14 Grad. Ah, jetzt ist flüssig. Ja. So. Oder einigermaßen, sagen wir mal so. Ich habe schon wieder... Ich höre dich. Wo ist er denn? Ich höre dich, ich höre dich. Aber ich sehe dich nicht. Ja. Äh. Gerade habe ich gratuliere Big Mana. Keine Ahnung. Vielleicht Gratulation, dass du gestorben bist. Äh. Lass uns da. Hier in dem Marktplatz, wo die... Woah. Fuck die Wandern, ey. Machst du das? Yo. Ist wieder kein Fahnenkreuz, ne? Ne, musst du mal zoomen Lass uns wieder so machen, dass wir uns hier immer treffen Da, wo die Fahne ist, also an dem Standpunkt Würde ich mal so sagen Boah, fuck ey, das war geil Ich hab dich gesehen und dachte mir so Da bist du Ja Ja, ich hab kein Kreuz Warte, mein Internet spackt wieder Das ist komisch, ey, diese Ich hab doch so eigentlich eine ganz gute Internetverbindung Ich sag ja Macht euch wieder die alte, ey Das nervt doch nur Es ist doch nur scheiße Das nervt echt jetzt Ich weiß auch nicht, wo du bist Hab keine Ahnung Hab keine Ahnung Bist du noch da? Ich bin nur da Achso Achso, du willst nicht Ah, okay, okay, das ist deine Taktik Gut Ist auch so scheiße Ist so verdammt ruhig hier Hab ja immer so Schiss, dass gleich irgendwo, ey Du da Hinter einem stehst, ey Oh, dann drehe ich aber ab, ey Nur wo könntest du denn sein? Ich weiß es nicht Wir haben ja gesagt, wir treffen uns immer an dem einen, äh, Punkt Da wo der Marktplatz ist, sagen wir mal so Ja, ja Hab ich auch noch verstanden Das hab ich auch noch verstanden, Schnurri Ja, trotzdem Oh Ich hab dich gehört Echt? Ja Ich hab dich sowas von gehört Hä? Wo bist du? Maa Maa Hahaha Deine Verbindung hat und alles stottert, echt Ich hab dich aber Das Alpha Squad hat drei Kills Maa Hast du es gehört? Ja, ne Ja, ne War das denn das Gebäude, wo du drin bist? Ja Ja Maa 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 Oh, Internet, komm Bist du wirklich in dem Gebäude drin? Cool, ey Dann Wenn ich mal lauern hier Und dich dann gleich Dezimieren Maa 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 Boah, wo bist du denn, du Krötenblödmann, ey Ah, ich hab dich gesehen Ich weiß, wo du bist Ich hab dich genau am Fenster gesehen, ey Jetzt komm raus Boot, 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 boot Alter Ja komm, boot, 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 boot Hahaha Lass dich sehen Ah, du Wichser Hahaha Glaubst du wirklich? Ich hätte dich nicht gehört Man hört einen, wenn man die Leitern hochgeht und sowas, ne Warte mal, da unten steht ein Panzer Oh, den hole ich mir mal Wenn du jetzt nicht schon hinläufst Das wäre natürlich scheiße Warte mal eben Aber jetzt hat sich irgendwie wieder Kraft man ihn Achso Kraft sich nicht gut Hey, wir wollen ja eigentlich ganz viel aufnehmen Hä? Ja, aber ganz viel aufnehmen ist scheiße, wenn man nichts hier Ach Ey, das kann doch nicht sein Hä? Hier war doch irgendwo Der Panzer Oder das Auto Oder das Geschütz Hä? Da Hä? Ist das unsichtbar? Warte mal, ich gehe mal kurz da hin Wow Nein! Du bist ein Homo, ey Den ersten Kill hat der Big Mana Ja Ja Keine Ahnung Sollen wir jetzt mal mich zurechtfinden, wo ich gerade bin? Wow Ich habe dich gehört Echt? Ja Nur frag mich jetzt nicht, von wo Und wo du bist Guck, 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 guck Oho, nix. Nix. Es hört sich gerade nur nicht so gut an. Das heißt aber nicht, dass ich jetzt in dem Gebäude drin bin, da wo du ihn gefeuert hast. Hä? Cooles Rock. Scheiße. Fuck! Boah! Mal ganz schnell weg hier. Boah, kackt die Wand an, ey. Mein Internet. Fuck, mein Internet, warte. Jetzt hat es wieder aufgehört. Ich habe gerade schon gedacht, ey, boah, hast du hier aber munitionsmäßig hier, äh, hast du einen drauf, ey. Nee, kann man nicht, schade. Hätte ich ja gerne gemacht. Alter, was versuchst du? Was? So war es halt deshalb, habe ich auch so krass gerade gefeuert, weil, äh, es hängen geblieben ist alles. Hm. Na, das ist auch nicht schlimm. Ich habe nur noch Gräusch gehört, aber mein Bild ist hängen geblieben alles. Ja, ich habe es gemerkt, ey. Also, das ist keine Absicht, dass ich so krass jetzt gerade... Ja. Scheiße. Boah! Bist du ein Homo? Was denn? Habe ich in deine Richtung? Nein. Ich habe es nur... Alter, wo bist du? Hä? Die Totenstille hier, ey, nur den Wind. Man hört nichts, man sieht nichts. Man lauert. Ja. Hä? Gibt es hier gar keinen Dachboden? Komisch. Gehen wir mal runter, ne? Das Internet rafft dich einmal auf im Leben, ey. Ja, ich verstehe das nicht. Seit ihr das neue Internet habt, ey, ist da nur Scheiße am Laufen, ey. Ich finde, das solltet ihr lieber wieder das alte machen. Dann klappt auch wieder alles. Einigermaßen. Schon wieder. Ja. Ich noch. Hm. Ne, unsere Aufnahmezeit ist gleich eh zu Ende. Wir machen das jetzt immer so, dass wir mit Parts aufnehmen. Halt immer 15 Minuten Parts. Wir beenden dann nicht das Spiel, sondern wir spielen einfach weiter. Wir machen kurze Aufnahme, wir beenden und spielen halt weiter, dass wir halt ein bisschen Material bekommen. Und dann würde ich auch sagen, bis zum nächsten Mal bei Big Bad Company 2. Mit Big Mana. Und Ingo Viva. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und jetzt. Vielen Dank.